Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Ich hoffe euch Schatzsuchern und Finnern geht es gut dort draußen und dem Wetter entsprechend sitze ich mal wieder hier. Heute gibt es kein Trick 19. Ich möchte mit euch über die letzten vier Tage mit der Phoebe reden. Ihr seht die ist ganz schön zugesaut. Liegt einfach daran, dass da irgendwie ein eingebauter Regenmodus drin sein muss. Denn es hat fast nur geregnet die letzten Tage. Ihr seht hier vorne schon ein paar Funde. Das heißt ich habe tatsächlich ein bisschen was gefunden und ich nehme euch mit auf die Reise. Wie waren die vier Tage? Es ging von der Wassersuche bis Feld im Regen und einmal im Sonnenschein. Aber nur so ein paar Grundgedanken. Wie bin ich klar gekommen? Verzeiht mir bitte, dass bei einigen Mikrofonaufnahmen gerade die ersten Filme kein ordentlicher Ton bei ist. Irgendwas ist immer schief gegangen. Da war der Akku mal leer, dann war das Mikro zu Hause und was weiß ich. Deswegen halte ich es kurz. Ich halte also nur die wichtigsten Sachen mal drin, wenn ich mal irgendwas schönes gefunden habe. Schrott habe ich natürlich auch gefunden. Den halte ich raus, weil wie gesagt vier Tage und dann alles zusammen. Dann würdet ihr morgen hier noch sitzen beim Schauen. Das heißt also vier Tage Phoebe. Wie ist er klar gekommen? Was hat er gefunden? Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr schon dabei seid, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und drückt auch bitte unten die Glocke. Denn dann werdet ihr immer informiert, wenn was Neues kommt. Und ja, ich würde sagen nicht lange schnacken. Wir legen los. Ich glaube gerade mit dem Amphibium ein bisschen im Wasser rum. Macht richtig Bock. Vor allen Dingen jetzt ist es nämlich das Schöne, weil er so stabil ist, dass der nicht nachschränkt. Aber hier ist so viel Müll. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich ein gutes Geräusch gehabt. Okay. Außer das. Ich habe den so ein bisschen, der vibriert die ganze Zeit. jetzt weiß ich nicht, ob es hier war. Ein Alu-Ring. Denke ich mal. Sehr cool. Jo, was ist denn da? Ein Kronfork. Ja, mal gucken, was das schon wieder ist. Das quietscht auf jeden Fall. Mit Eisenkron dran. Wird bestimmt wieder ein Kronfork sein, aber so ist der Kronfork. Das Gute ist ja mit wasserdichten Pinpointern. Na ja, es geht auch größer. Wenn man mal wieder nicht filmt, dann kommt tatsächlich was kleines Goldenes um die Ecke. Also ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass ich noch irgendwas hier finde, weil eine Münze, obwohl doch der Aluminium-Ring und jetzt dieser hier, sehr sehr geil. Ja, die erste Wassersuche dieses Jahr und mit dem Amphibio hat einen Goldring zu Tage gefördert. Es ist ein 333er. Er ist ziemlich kaputt. Und ich zeige euch das mal innen. Also man sieht tatsächlich sogar noch diese Handlötstelle, wo der Ring verlötet wurde. Leider ist nichts drin. Aber Gold ist Gold. Ich hätte ihn ehrlich gesagt fast nicht mitgenommen, denn im Wasser war das erste Mal, dass ich die Phoebe gelaufen bin. Und ich wusste nicht, weil ich nicht in die Bedienungsanleitung geschaut habe, dass der Eisenbereich schon ab 15 aufhört. Das heißt, der Goldring kam genau auf 31 rein. Und nur weil er so gut geklungen hat, habe ich ihn mitgenommen. Natürlich kamen noch ein paar Münzen und Kronkorken. Aber das Schöne im Wasser war übrigens, dass sich das Gestänge nicht verbiegt. Das hatte ich bei einigen anderen, dass es so nachgefedert hat. Aber weil das Gestänge beim Amphibio komplett aus Metall ist, war es hart wie ein Punkt, Punkt, Punkt. Also es hat sich nichts bewegt. Das hat mir richtig gut gefallen. Rein und dann rumrühren. Auch mit der großen Spule war es okay. Der Müll im Wasser liegt natürlich nicht so nah beieinander, dass es große Störfunktionen gibt, weil es halt eng an eng an eng ist. Sondern du hast genug Platz zwischen den einzelnen Pfunden. Also auch mit der großen Spule gar kein Problem. Und wie gesagt, mein erstes Gold. Jetzt gehen wir auf den Acker. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Materie. Denn jetzt heißt es Materialunterscheidung, Trennschärfe, Tiefe. Was kam überhaupt? Bevor es natürlich losgeht, müssen wir einmal den Amphibio klar machen. Und beim Ausziehen habe ich gesehen, denkt daran, hier unten ist eine weiße Linie. Das heißt, so könnt ihr das Gestänge nicht zu weit rausziehen. Das muss man ja auch erst mal finden. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal. Denn ich habe mir noch kein Set abgespeichert. Also wir schalten ihn ein, halten kurz gedrückt. Und jetzt sehen wir, dass er hochfährt. Zack. So. Wir starten, wie im Tutorial auch gesagt, in zwei Ton. Das möchte ich nicht. Ich gehe auf vier Ton. Da bin ich nämlich gestern auch gewesen. Jetzt gehe ich über Option einmal auf das Tracking. Mache mir das an. Weil das hat gestern richtig Spaß gemacht und funktioniert. Das heißt, automatischer Bodenabgleich beim Laufen. Und den Gain nehme ich hoch. Also ich laufe Maschinen ja natürlich immer ein bisschen fizzeliger. Wir versuchen heute mal 85. Also er schnabbelt halt jetzt ein bisschen. Aber das macht mir nichts. So. Also. Ich würde sagen, los geht's. Also. Ich hoffe, es ist jetzt im Bereich des weichen Bodens. Weil hier ist schon wieder steinhart. Aber was siehst du da aus? 45, 49. Ich muss ja gerade so lachen, weil die Münze war tatsächlich ungefähr 20 Zentimeter neben der Bahn, die ich gestern gelaufen bin. Na ja. Ey. Ich werde durchstehen. So. 52. Relativ sauber. Jetzt wackelt er nicht mehr hin und her. Oh. Was ist denn? Ein Knöpfchen. Ein Knöpfchen. Ein kleiner Knopf. Na heute läuft es schon mal zweimal so gut wie gestern. Jetzt kommt tatsächlich noch die Sonne raus. Richtig schön. Ich möchte euch mal zeigen. Ihr hört ja gar nichts. Was ist jetzt gerade los hier? Warum hört ihr kein Geschnabbel? Ich bin jetzt mal auf den 5 Ton Modus gegangen. Jetzt passt mal auf, wo ich den Gain habe. Auf 97. So. Das heißt, selbst so hoch hört ihr kaum etwas. Ein bisschen Mineralisierung kommt natürlich durch. Man könnte das Ganze natürlich auf 80 machen. Da wäre er komplett ruhig. Wir sehen den Boden abgleich jetzt auf 87. Der schwenkt immer so ein bisschen. Also es liegt immer an euch, wie ihr eure Geräte am liebsten lauft. Natürlich habe ich im 4 Ton ein bisschen mehr Feinfühligkeit. Das heißt, ich überlaufe weniger Kleinzeug. Im 5 Ton habe ich mehr Ruhe. Kann den Gain aber im Verhältnis auch hochdrehen wieder. Muss man mal ausprobieren, welcher sich da besser macht. Ob die Laufruhe plus der hohe Gain den gleichen Effekt haben, wie er ein bisschen schnabbelig ist. Also mal schauen. Wird die Zeit zeigen. Ich laufe jetzt mal im 5 Ton weiter. Gucken, ob ich einen Unterschied merke. Ob ich irgendwie Töne finde, sich ändern muss. Weil das kann man ja hier auch machen. Alles Übungssache. Ich muss auch lernen. Ich muss auch lernen. Anders geht es nicht. Nur ins Buch gucken und sagen, das geht so. Nee, Erfahrungen sammeln. Kilometer laufen, tausende Löcher buddeln. Das macht Erfahrung aus. Und dann kann man euch darüber erzählen. Oder man nimmt euch mit. Toll. Ich habe gerade gedacht, das ist ein Glas im Rock. Oh, ein Signal. Also ich bin schon ein ganzes Stück jetzt vorwärts. Es kam lange nichts jetzt. Hier ist was. Dürfte nicht allzu tief sein, glaube ich. Ich mache die Strohscheiße immer weg. Weil die sich um den Spaten klappen kann. Und dann kommt man völlig rein. Und weil der Scheißboden sowieso noch nicht so super ist. Das war also relativ tief weit oben. 56 Grad Leitwert. Das sieht aus wie ein Kreuz. Das ist ja cool. Das ist ja ein Drehküken. Nein, es ist nicht. Es ist ein Kreuz. Weil hier fehlt die Hälfte. Was mich irritiert ist, dass hier unten so ein Nippel dran ist. Nicht, dass das ein Sargnagel ist. Nicht, dass das mein Sargnagel ist. Aber Leute, die meinen Kanal kennen, die wissen, Kreuze sind super selten. Ich selber habe keins gefunden. Dagi hat ein Silbernis gefunden. Auf einem meiner Äcker. Also schick. Jetzt stand ich gerade eben kurz vor einem Herzinfarkt. Ich mache natürlich auch Löcher ohne euch. Einfach, weil ich ja lernen muss. Also nehme ich auch schrottige Signale mit. Und jetzt habe ich eins gehabt. Das war auf 30, was ja relativ gut ist. Und je nach Seite dann bis auf 8 runter. Ich laufe ja komplett offen. Und jetzt guckt euch nur mal die Form an. Nur mal die Form an. Ich habe es noch nicht sauber gemacht. An was erinnert euch das? An eine Fibel. Aber ich glaube nicht, dass eine ist. Alter, ich bin gerade fast hier rumgefallen. So, Fibel ist es nicht. Aber jetzt müsstet ihr erkennen, was es ist. Es ist ein Taschenmesser. Ein kleines Taschenmesser. Jo, da habe ich jetzt gerade echt Panik gekriegt. Also auch mal Mischsignale mitnehmen, die nicht so prall sind. Oh, eine Doppelblombe. Die finde ich nicht ganz so oft hier. Also vor allen Dingen auch nicht auf diesen Feldern hier. Die sind ein bisschen weiter in der anderen Gegend. Cool. Och, jetzt immer ohne Scheiß, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch schon wieder eine. Ey, ich komme mir heute richtig verarscht vor hier. Ach, gehen sie noch kleiner vielleicht. Ich drehe ab, ey. Ich drehe ab. Es sah aus wie eine dicke Plombe. Da ist sie. Die Trauerparade. Zehn Stück. Ich dachte, es sind mehr. Vielleicht habe ich auch unterwegs welche verloren. Ich weiß es gar nicht. Naja, wie ist das das? Keine Ahnung. Ist ja auch wie ein Schaf. Moin, wir kommen zu. Sondersüchtig ist ich nicht. Ich sehe, ob das heute schlau ist. Denn, vielleicht hört es im Hintergrund, es braut sich ein Gewitter zusammen. Aber ich konnte dieser Fläche hier nicht widerstehen. Erneut mit der Phoebe. Ihr habt jetzt noch nicht viel Material gesehen, aber ich bin jetzt seit vier Tagen mit ihr unterwegs. Das heißt, ich gucke jetzt hier nochmal schnell, was hier kommt. Und dann mache ich eine Zusammenfassung zu Hause. Haue ich Clips aus den einzelnen Tagen rein. Und, äh, doch, ich hoffe, das hält noch ein bisschen, das Wetter. Schön, dass du dabei bist. Ich würde sagen, nicht lange schnacken. Wir legen. Los. Um euch einmal zu sagen, wie ich immer den Bodenabgleich mache, dann, ja, also wir gucken erst mal, dass kein Material da ist. Ne? Außer der Spaten. Jetzt halten wir den Knopf kurz gedrückt, bis wir den Pieps hören. Und hier steht dann, äh, Spulepumpen vom Coil. So, jetzt lasse ich das Ganze los. Ich höre immer noch ein kleines Summen. So, jetzt ist es weg. Und wir haben einen Bodenabgleichswert von 56. Und jetzt gehen wir los, bevor es anfängt zu regnen. Ja, die erste Mosketenkugel. Das geht schon wieder los mit Blei. Ich hatte es ja gestern erst. Zehn Plompen. Ich habe das richtige Hobby für mich. Echt. Geh raus, haben sie gesagt. Ist super, haben sie gesagt. Oh, na, guckt mal einer an. Das geht doch noch. Ah, ein Hottehy-Knopf. So hat es übrigens auch angefangen mit der Phoebe. Mit einem Arsen-Bronze-Knopf. Auch mit Hottehy. Das war einer der ersten Pfunde tatsächlich. Und ihr seht, die kommen auch so niedrig rein. Ah ja, jetzt gibt noch richtig was mit dem Scheiß-Regen hier. Es war dann doch schlauer nach Hause zu fahren, würde ich mal sagen. Ja, ich wage mich noch mal. Und wie ihr hier hinten sehen könnt, ist da noch Regen. Aber laut Regenradar soll jetzt alles vorbei sein. Also es hat geschüttet wie aus Eimern gerade. Ich habe euch mal ein Bild, beziehungsweise ein kleines Video vorne rangehängt. Wahnsinn. Das Schöne ist natürlich, ja, jetzt ist es abgeregnet. Die Luftlecker sind geschlossen im Boden. Vielleicht kommen die Signale ein bisschen besser rein. Vielleicht sieht man irgendwas oben drauf liegen. Ich hoffe, ich werde hier schon wieder nass. Weil ansonsten bleibt viel wie demnächst zu Hause. Die will, glaube ich, unbedingt zeigen, dass sie wasserdicht ist. Aber mir reicht es langsam. Also, drückt mir jetzt noch mal die Daumen. Total durchwachsen im Moment die Folge. Ich kriege nichts ordentliches auf der Kette hier. 55, 56 geht so Richtung Blei. Zumindest hat das die Erfahrung gestern gezeigt. Jetzt kann man auch mal sehen, dass der Regen gar nicht so tief penetriert. Egal wie viel es ist, das ist relativ schnell. Hier, der weg gewesen. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, in welche Richtung. Hier. Gut, in der Hand. Musketenkugel. Jo. Eine Musketenkugel. So, höchster Ton heute. 79. 85. Ihr wisst, ich fall da nicht mehr drauf rein. Also, das kann jetzt genauso was Feines natürlich sein. Es kann eigentlich ein etwas größeres Stück Eisen sein. Obwohl es sich nicht so angehört hat. Oder, das ist auf jeden Fall schon. Ich brauche gar keinen Pinkpointer. Ich glaube, das ist von einem Zügel. Vom Pferd. Pferdegeschirr. Ich bin mir recht sicher. Ich kann mich natürlich immer, aber ich bin recht sicher. Also, nicht weit davon. Hier vorne, da war das Zügelstück oder was auch immer. Und hier ist schon das nächste. Und hier hört im Hintergrund halt die Autos. Also, ich bin sehr nah an der Straße. Da war halt immer auch, ja, das Pech, dass da natürlich so mega verschrottet ist alles. Aber, bis jetzt hält sie sich in Grenzen. Hier, seht ihr mal richtig, was ich meine mit diesem scheiß Klumpen. Das macht doch keinen Spaß. Na ja, was soll's. Wenn man da erstmal dran vorbei ist. So, jetzt. Dann geht's auch wieder richtig schön. Ja, sag ich doch. Sieht auch aus wie so ein Teil davon. Obwohl das ein bisschen anderes Material ist. Obwohl es doch ist, das Gleiche. Ich glaube, euch gefällt die Perspektive mal wieder aus dieser Sicht. Für mich zumindest einfacher mit dem Graben. Also, 29er. Mal gucken, was wir da dieses Mal rauskriegen. Gestern auf dem Acker, wie gesagt, war ich total immer verarscht worden. Es waren dann immer kleine Plumpen. Das könnte ein bisschen tiefer sein. Aha. Okay. Ich habe gerade die Säschung. Ne, Phoebe. Du machst das schon. Ein kleines Knöpfchen. Also, heute will ich mal nicht meckern. Vor allem nicht nach dem Regen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Wieder ein Low-Tone. Klingt fast so ein bisschen, als wenn was mit dran ist. Oder in der Nähe ist. Ihr wisst ja, kann ja sein, dass manchmal zwei Sachen nebeneinander liegen. Übereinander, untereinander, quer, längs, drüber, zur Seite. Ihr kennt das doch. So, habe ich es jetzt weggeplackt? Aha. In die Richtung habe ich es geschmissen. Vielleicht sollte man mal zwischendurch mal nachgucken, ne? Griss? Mhm. Warte, bitte, bitte. Wisst ihr, woran das mich erinnert? an so eine kleine Pistole an so einen Griff Ja, ich hab einen Colt Ja, ihr seht also der letzte Tag meiner FIBI-Testreihe war gar nicht mal so schlecht, also die anderen waren auch nicht schlecht versteht mich nicht falsch, zumindest meine Verhältnisse aber es war dann doch eher so dass mal andere Materialien gekommen sind also mal andere Funde, nicht nur Plompen oder ja, Bleiuschis so, das heißt wir gucken uns das jetzt einmal an und dann einmal abschließend ja, wie ist die FIBI wie finde ich die FIBI, kann man sie gebrauchen, also Das ist so meine kleine Bleiarmee aus den letzten Tagen, also ihr seht hier viele Musketenkugeln Plompen und ja, Bleistücke vor allen Dingen auch hier vorne die Unterlegscheibe war ein Mischsignal zum Beispiel ja, einfach lernen was es ist, dann haben wir hier hinten das Taschenmesser was jetzt aushalb des Fokus gesprungen ist hier sind so ein bisschen interessantere Sachen das heißt so so Grabenfüße und so weiter die kennt ihr ja alle mittlerweile das Stück weiß ich ehrlich gesagt noch nicht was es ist vielleicht habt ihr eine Idee, also das fotografiere ich mal und schicke dem Archäologen ja, mein Sargnagel wie gesagt, ich hoffe ja nicht, dass es mein eigener ist man weiß es ja nicht ja, diese kleinen Miniergeschosse sind das glaube ich ist auch nicht wirklich viel dran was haben wir denn hier vorne noch ah ja, natürlich hier meine meine kleinen meine kleinen Lieblingsknöpfe mit dem Hottehu drauf die beiden Asienbronze Knöpfe dann haben wir hier von gestern das dürfte ein Revolvergriff sein von der Spielzeugpistole dann Kriegsmarine Knopf aus dem Garten das war auch eine geile Geschichte da stand nämlich vorher der Pool drauf und mein Lieblingsstück also zumindest momentan ist dieses hier und es wird gesagt, es wird wohl eine Riemenzunge sein man kann hier so ein Männchen drauf erkennen und ja, also ihr seht ein bisschen was los gewesen hier zumindest auch mal für mich ja, also viele fragen immer, Stefan wie ist die Phoebe ja, was soll ich sagen also als erstes ist die Phoebe eine grundsolide Maschine wir haben gute Verarbeitung wir haben eine Leistung die in dem Preisbereich sehr weit vorne ist meiner Meinung nach gerade was Tiefe angeht was Kleinteile angeht man kann die Maschine so einstellen wie man sie braucht das heißt ich kann den Gain ein bisschen runter nehmen kann sie ruhiger laufen ich kann sie hibbeliger laufen die einzelnen Programme sind auch sehr sehr gut ausgewählt das heißt man kann sich also richtig schön einschießen auf den Bereich wo man ist natürlich habe ich Strand noch nicht ausprobiert im Salzwasser das kommt jetzt in zwei Wochen dann nehme ich die mit in Urlaub wir fahren an den Nordsee und da kommt sie mit genauso wie der Puls Dive und auch da werdet ihr natürlich Unterwasser Videos sehen ansonsten wie gesagt ich bin sehr zufrieden mit der Phoebe eine sehr sehr solide Maschine und spielt da in dem Preisbereich wo sie ist auch eine gute Rolle würde ich mal behaupten wollen also es gibt ja einige in dem Bereich aber für mich persönlich spielt sie eher weiter vorne mit ich hoffe euch hat das ganze gefallen ich hoffe ihr habt ein bisschen was gelernt wenn ihr Fragen habt haut sie unten rein und ich habe gesehen alle wollen dass ich den Deos laufe ich wollte jetzt eigentlich erst den den Diebtächt Vista X nehmen aber die nächste Runde mache ich mit dem Deos das heißt der dicke Anfängersondler läuft mit dem Deos übers Feld wenn ihr euch das unbedingt geben wollt bitteschön könnt ihr haben das heißt da kommt der MI6 mit und die 28er ist das glaube ich die X35 und dann ja wenn ihr das nehmen wollt dann bitteschön dann nehme ich euch mit in diesem Sinne schön dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart ich hoffe wie gesagt es hat euch gefallen mir hat es gefallen ich habe wieder was gelernt vor allen Dingen auch über meine Gegend wir haben alle mit Blei bezahlt und in diesem Sinne ja wir sehen uns das nächste Mal Kanal abonnieren Glocke drücken nicht vergessen und ja immer sonnensüchtig bleiben und alles sehr gut von wiedersehen und was die nächste Mal wir sehen uns dann auf jeden Fall der